Musik 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 Die Yosemite Mountain Sugar Pine Railroad fährt in 2012 vom 31.03. bis 31. Oktober mit Dampf, aber nicht täglich. Am Wochenende fährt der Zug mehrmals. Der erste Zug ist schon unterwegs. Es handelt sich um eine Schmalspurbahn mit 914 mm. Die Zürich ist schon unterwegs. Die Reiseite ist ein, was ich jetzt hier im und ich habe es hier im Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Lok 10 ist eine Schai-Lokomotive aus 1928 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Von 1874 bis 1931 ist die Bahn hier gefahren. 1961 wurde die Strecke wieder eröffnet. ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Frau behandelt ihren Hund als Babyersatz. In dem nicht gefederten Waggon wird man ganz schön durchgeschüttelt. Die nächste Fahrt wird durch eine Motordresine durchgeführt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.